D fidelity get slapped bitch Hey Leute, Bado hier und willkommen zu 1 weiterentend together with Zef Wir spielen diesesmal Slaps the Fly Ich bin wunderschön wie E und EA Auf jeden Fall Look at me Zef ist hier die Fliege und ich muss Zef slappen indem ich Denn ich slappe und ein Gegenstand abkomme Und er kann mich verspotten und das ist so was er machen kann Also das heißt prinzipiell, dass man irgendwelche random Sounds hier abspielen kann. Was doch schon ziemlich nice ist, muss man zugeben. Es ist schon ziemlich nice. Ich höre die ganze Zeit diese random Sounds und ich weiß nicht genau, wo du bist. Das ist eigentlich lustig. Du weißt nicht, wo ich bin? Wie so ein Serienmörder mit einer Boombox. Boah, ich kann jetzt hier... Oh. Ah! Was? Was zum Teufel ist passiert? Was zum Teufel ist passiert? Ich bin runtergefallen. Natürlich. Du hast dich selbst geslapt. Nee, die fällt runter und... Ach, ich darf nicht gegen die Gegenstände fallen oder was? Hä? Oh, das ist ja voll schwer auch noch. Das ist dumm. Du willst mich steppen? Okay. Mein Körper ist bereit für ein bisschen zu steppen. Warte mal, ich kann das jetzt... Wie kann ich denn das nehmen? Ah, ich kann das auf dich werfen, oder? Ja. No, no! Mist! Look at me. Ah! Ich sehe mich auch wie so ein Irrer mit einem Cowboy-Hut. Ich bin so eine Frau. Eine Irre. Oh, von der Frau lässt du mich gar nicht slappen. Komm mal. Hit me. Hit me. Ah, bam, Junge. In den Nasselburen. Er will's nochmal. Er will's einfach nochmal. Ich will's einfach um dich herum. Komm her. Willst! Das ist schwerer, als es aussieht. Ich laufe jetzt weg. Du wirst mich nie ein, oder? Du bist so ein richtig ekliger, dicker Brummer auf jeden Fall. Das ist eine umgeklatsche. Komm her. Ich kann dir mal einen richtig dicken Brummer zeigen, wenn du willst. Auch mit zwei Augen? Nee, mit einem. Drei Augen. Halt dein Maul. Nein! Shit! Ich... Come on, Bro. Make some love. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich fliege mich rum. Ich fliege mich rum. Nach fünf Stunden ungefähr. Du musst so lange aushalten. Es sieht so doof aus. Ich bin genau hinter dir, Mann. Slap me, Bro. Hä? Wo bist du? Bin ich unsicher bei dir? Bam! Junge. Einen brauchst du noch. Ey, das ist übelst du. Wenn ich fliege mich gesleppt werden will, dann geht's halt nicht. Ja, ja, das ist total dumm. Oh, doch! Hahaha! Oh, das ist echt ganz schön eklig, muss ich nicht sagen. So, ab geht die Wettefahrt, Freunde. Ich will auch irgendwas werfen können. Oh, es geht sogar auf hier, Alter. Du siehst aus, als ob du auf irgendwelchen Prothesen läufst. So, diese komischen Jump-Jump-Teile. I'm the Captain now. Klatsche mal! Es sieht so dumm aus. Es sieht so dumm aus, wie du da in der Luft slapsst. Einfach mal vor dich hin. Komm, warte mal, warte mal. Das muss ich auch zeigen, dann. Sieht das dämlich aus? Du musst dir auch vorstellen, es ist ein Typ allein im Zug und der springt einfach rum und klatscht die ganze Zeit. Oh, 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 oh. Get slapped, Bro. Come on. Ja, und kann ich auch hier raus? Nee, natürlich nicht. Nein! Ah, nein! Get slapped! Du hast doch nichts zum Werfen. Doch, doch, irgendwelche Bücher liegen da rum. Get slapped, Bro. Na komm, noch eins. Wirf rein! Alter! Oh. Äh. Oh, Alter, da muss man aber auch mega viel Glück haben. Kann ich hier so eine Atombombe nehmen? Nee, leider nicht. Warte, warte. Aua! Haben wir hier irgendwas? Oh, press E to switch. Oh. Oh, du hast Licht ausgemacht. Oh, ja, hab ich. Interesting. Ich versteck mich jetzt. Ich hab hier auch noch was. Warte mal, ich kann hier auch noch irgendwelche Sachen. Alter, das ist total dumm. Du weißt nicht, wo ich bin, oder? Ich seh dich überhaupt gar nicht mehr, dann. Bist du die Scheiße? Komm, zeig mir deinen kleinen Fliegenhintern. Papa, ich kriege dich. Die Fliegen müssen einmal gewinnen. Wir sind ein stolzes Volk der Fliegen. Ich jumpscare dich jetzt gleich. Oh. Oh, fuck. Komm her, komm her, komm her, komm her. Shit. Du kannst auch rückwärts fliegen, das ist so. Nein. Ah, verdammte Axt. Das sieht so dumm aus. Das ist so mega dumm. Du kannst hier oben auch theoretisch auf das Rohr gehen, Alter. Oh. Ja. Ich hör dich, ich hör dich. Tu dich so, als wärst du nicht da. Naja, du Ausgebot der Hölle. Das ist so dumm, Alter. Du hast keine Chance, Mann. Das ist so ein arschiges Mistspiel, ganz ehrlich. Oh, ich hab. Flyers won. Flyers won. Fliegen haben gewonnen. Fucking shit. Dabei hatte ich doch die Atombomben hier. Und das war Slaps to Fly. Ja gut, das war auf jeden Fall mal Spaß für die vergangenen fünf Minuten. Auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben länger gebraucht, uns zu verbinden, als wir wirklich gespielt haben. Ja, definitiv. Die Server sind so richtig schlecht. Schaut mal bei Sef vorbei, wenn ihr sehen wollt, wie Steff mich slappt. Liebevoll. Oh ja. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal, Leute. Und ciao. Bis dann, haut rein. Ciao.